Hi Fans! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch aufgenommen. Heute machen wir nämlich zusammen so einen Rubik-Cube-Würfel. Und ich weiß noch nicht, wie weit ich komme. Ich gucke einfach mal. Wir müssen einfach gucken. Ich fange einfach mal volle Pulle direkt an. So. Und jetzt muss man sich einfach mal eins raussuchen. Ich nehme jetzt mal ein verbeleuchtet Blau. Und fangen wir einfach mal an. Man muss halt gucken. Hier Blau ist auf der Rück-Position. Auf der Rück-Hinterkante sind dann zwei. Da muss man so rüber drehen. Und dann haben wir schon... Das ist jetzt halt ein intergalaktischer Zufall. Hier haben wir die Sphinx, nennt man diese Position. Das ist schon mal sehr stark. Das ist schon mal sehr stark. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal direkt mit einem Affenzahn weiter. Und drehe das hier. Es ist immer das Gleiche. Man muss das einmal runterbuttern. Dann kann man das rein drehen. Und dann kann man, wenn man die anderen in Sicherheit gebracht hat, einfach zurück... Oh nein. Jetzt habe ich mir Blau verhauen. Jetzt habe ich mir Blau... Jetzt habe ich... Jetzt habe ich mir ein bisschen Blau verhauen. Jetzt habe ich mir Blau verhauen. Ja, dann muss man sich dann einfach eine andere Farbe raussuchen. Aber ich... Okay, ich muss auch zugeben, vielleicht ist auch genug für heute. Ich bin auch schon sehr müde jetzt. Ich bin kaputt. Aber ich sage immer, lieber Fernseh müde als radioaktiv. Also vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall reingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.